Ja, Servus meine Welcome Friends, hier ist euer Abon, vielen Dank fürs Einschalten und Vorbeischauen. Vielen Dank natürlich auch für euren Support. Ja Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich hier nicht in der Zentrale, sondern wir sind hier am Hungaroring in Ungarn, nee, Budapest. Und in diesem Video werde ich euch auf jeden Fall mal rumführen und euch einen kleinen Eindruck machen hoffentlich. Auch werden wir hier in Budapest mal die Sau rauslassen und wir werden schauen, was die Allgemeinheit alles so über Krypto denn weiß hier in Ungarn. Also seid gespannt und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir sehen uns, let's fetz rein da. Aha, da ist auch Krypto.com allgegenwärtig. Mein Freund, wo bleibt denn mein Bier? Aha, gratifikt. Und hier haben wir Team Haas mit MoneyGram als Sponsor. Auch nicht schlecht. Eine bekackte Bank als Sponsor. Auch nicht schlecht, oder? Was denkt ihr? Also ich finde, Krypto.com allein schon wegen dem Namen einfach geil als Sponsor. Weil einfach, ja, Krypto, Krypto. Oder? Sowieso. Geiler, geiler Sponsor, allein schon wegen dem Namen. Egal ob jetzt wer Krypto.com geht oder ich. Hauptsache, ja, Krypto im Namen, geile Werbung. Sorry, which language do you speak? Englisch. Englisch? Okay, do you know something about Krypto? No. No? And you are not invested? Okay, anscheinend möchten die weiterhin im Hauserat feststecken. Also zur Zeit, also bis jetzt schaut's mau aus. Also Leute, ich sehe sehr viele Menschen mit einer Mercedes FTX-CAD. Ich hoffe, die wissen alle, dass das FTX pleite gegangen ist. Ich würde mir schleunigst eine neue Mercedes FTX-CAD. Sorry, which language do you speak? Czech? Czech or English. You can choose. English, okay. We can speak in English. No, you don't want to speak Czech. German, Hungarian or English? Okay, okay. Then English. Okay, do you know something about Kryptos? Are you invested? Well, we know something a little bit. We are not like professionals, but yeah, I'm quite interested. And you are invested in Krypto? Yeah, a bit. Yeah. Which one? For me it was Bitcoin and Ethereum. Bitcoin and Ethereum. Ah, okay. Very nice. A year ago or two years ago or two years ago or maybe three, three, maybe four. Yeah, maybe four years ago. Very nice. And you make dollar cost average or just one amount and that's good. Well, with Ethereum it was a monthly average and with Bitcoin it was one run. Okay. Okay, perfect. Thank you very much. Welcome. So, do you know something about Krypto? No. No? No. Nothing? Nothing. And you are not invested? No. Okay. Thank you very much. That's all. Ciao. Where are you from? Where are we from? I don't know. I'm from South Africa. Have you seen this flag before? We've not seen the flags. Yeah, yeah, I see it. But maybe... You never know. Yeah. Great Africa. We are from South Africa. South Africa. Wow, wow, wow. What do you think who is going to win the race tomorrow? Max Verstappen. Max Verstappen, okay. The Orange Army. The Orange Army. He's definitely going to win. Okay. And we are part Dutch in South Africa, so we have to support him as well. Okay. Okay. Another question, because in our space the Orange Army is Bitcoin Army. So, do you own Bitcoin? Personally, no. I've got some Bitcoin, but not a whole Bitcoin, no. It's too expensive for us in South Africa. Yeah. But the... South African Rand is very bad at the moment. Okay. But you can buy Satoshis. It's Bitcoin Satoshi. Yes, we probably could, yes. Okay. And you have a hardware wallet? You know what a hardware wallet is? Well, I have something that keeps everything safe. Whatever it's called, Trezor or something. If that's the right thing. What? Trezor. Yeah, yeah, yeah. Trezor. That's what I have. Whatever that is, I have it. Oh, okay. Perfect, perfect. Because when you leave it on the exchange, the exchange, yeah, can do with your crypto what they want. So? Exactly. So we've stored it safely. So make it the best way if they want it to. Yeah. They can steal it. It's a safe way to store your Bitcoins. Exactly. And you just have Bitcoins or maybe another cryptocurrency? Only Bitcoin and it's shit at the moment but maybe it will get better again. Yes. We never know. That's the point. That's the point. Thank you very much, boys. Perfect. Thank you. Enjoy your time here. Yeah, you too. Thank you. Ciao. Where are you from? I'm from Mexico. Oh, very nice, very nice. From Mexico. What do you think we're going to win this game, this race today? Who is we? Mexico, hopefully, yes, but I don't think so Chekko's not doing very well. Okay. But fingers crossed, podium at least. Okay, okay. And do you own crypto? No, I do not own crypto, no. And you know something about crypto or nothing? I do know my fresh air. My husband works in finance. Ah, really? Really? Okay. Is he invested in Bitcoin or something else? He hasn't so far, no. Not yet. Okay, okay. Okay, perfect. That was it. Thank you very much. You're very welcome. Ciao. Also, heute hier ist das, ja, der letzte Tag vom Folge 1 Wochenende und ihr seht, es ist richtig übelst viel krass los. Also, es ist wirklich der Wahnsinn. So viele Menschen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mein Kameramann Miguel übrigens. Hallo, servus. Ja, Leute. Es ist auch extrem schwach, wie viele Leute einfach nicht über Krypto Bescheid wissen. Über Bitcoin noch, okay, ja, passt. Aber das war's dann auch schon. Also von daher, ja, wie gesagt, sind wir in unserer kleinen Investment Bubble gefangen und kloppen uns. Ja, wir dürfen uns eigentlich glücklich schätzen und hoffen, dass wir einfach nicht zu ja, früh verkaufen. Das sind meine Eindrücke jetzt momentan. Natürlich bin ich auch außerhalb eines Krypto Events hier. Ist ja logisch. Aber das macht auch noch mal das Ganze irgendwie so extrem spannend. Ja, es sind echt sehr viele Leute hier. Aber es gibt auch so richtig Geiles zum Fressen. Okay, seht ihr jetzt gerade nicht. Wir suchen weiterhin Opfer für unser kleines Interview. Natürlich positiv gemeint. Und gucken, ob wir noch was vor die Flinte bekommen. Boys, I know the answer, but where are you from? Oh, okay. The Orange Army. So, so, Verstappen? Yes. Today? Verstappen? Okay. You know something about Krypto? No. No? You don't own any Krypto? No. No? Okay. So, make some research about Krypto and thank me later. Okay? Yeah. Okay, thank you very much. Ciao, ciao. Weiterhin mau was besüglich Krypto angeht hier auf dem Hungaroring. Let's go! Let's go! Das war's, das war euer Awan vom Hungaroring und ich hoffe ihr habt einiges mitgenommen und sorry für mein Englisch und für meine Nervosität, das war tatsächlich mein erster Live-Umfrage überhaupt, außerhalb vom Center und meine erste Straßenumfrage überhaupt und von daher hoffe ich, dass es trotzdem gut geworden ist und es kann nur besser werden und Freunde, wir sind auch richtig krass am Anfang und deswegen sage ich klug investieren und wir sehen uns auch im nächsten Video. Das war's, das war's, das war's, das war's Vielen Dank. Vielen Dank.